In den fernen Stohlen, wo nur Menschen wohnen, sogar im wilden Feuerland kämpft man Heimlich von der Bord erkannt. Er ist ein Matrose mit der weiten Hose, die Mädchen sind aus der Rand und Pfand sind sie Heimlich von der Bord erkannt. Backbord und Steuerbord, dann wird's mal wieder groß, es kommt da ein Möck mit einem großen, weißen, großen Hose. Mein Möck aus Bremerhaven ist allen Frauen treu, er hat nur eine feste Braut und 20 nebenbei. Die eine in Namana, die andere in Hawaii. Und auch in Nagasaki hat ein Wanderfly dabei, ja, 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 der Herz ist groß, der Penis ist geil. Und braun ist nicht mehr, sondern langer Zeit, 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 ein Möck aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück. Doch seine alte Liebe ist so weit sein bestes Stück. Auf den blanken Bänken, in den Hafen schenken, gerät das Herz zu leichtem Brand bei unserem Herz und der Bord erkannt. Lebensabenteuer, kosten oft die Heuer und broken down und abgebrannt, dich dann zurück nach der Bord erkannt. Schock, Zeit und Spannertatz und Spannertatz und Spannertatz und Spannertatz. Heute wird es mal wieder richtig groß, schön, es ist die Nacht und morgen geht schon wieder los. Ein Bekaufs Bremerhaven ist allen Mädchen treu, er hat nur eine feste Braut und 20.000 nebenbei. Er hat eine in Namana und auch eine in Hawaii und eine in der Sankifatze bleibt noch dabei. Nein, er hat sich groß, da fehlt es im Himmelstein. Und ein Möck aus Bremerhaven, scheiße, den kennt man auch, den vergisst man auch nicht. Ein Möck aus Spannertatz, der hat 20.000 Frauen, die eine hat er vergessen, dafür hat er drei dabei. Er ist ein Möck und er bleibt ein Möck. Ja, ein Möck, Möck, der kommt in Marley-Buch-Bamm. Ein Möck aus Bremerhaven, äh, den alter Typ. Wer kommt nicht wieder, machst du ihn? Ach, schon vorbei. Oh Mann, oh Mann. Ein Möck aus Bremerhaven, der hat acht Brustwassen voll. Wenn er einmal wo ganz klingelt, dann hat er noch mehr. Oh Mann, Backbord und Steuerbord, da ist er wieder los. Man öffnet ja die Haare für ihn und die Hosenstelle. Oh Mann, Backbord und Steuerbord, da ist er wieder los.